Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Ich war eben gerade schon beim Jugendtraining, habe ein bisschen Torwarttraining gemacht, deswegen bin ich so leicht angeschwitzt. Aber jetzt mache ich noch ein paar Übungen in meinem Keller. Nach dem Intro geht es direkt in die Musik und in die Übungen. Auf Wiedersehen. 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 Also es heißt, runter vom Sofa, Sport machen. Cheerio Miss Sophie, bis zum nächsten Mal.